So, dann wollen wir mal gucken, dieses Spiel besteht eigentlich mal nur aus Werbung, aber ist ja egal, gratis, ach, ne, gut, was mein jetzt? Das ist ja auch ein gratis Spiel, Scharfschützengewebe, Sturmgewebe, was, 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 ich weiß, ich hab keine Ahnung, das machen wir, ich bin einfach mal auf Starten, vielleicht kann ich ja einfach mal so spielen. So, für deine erste Mission kannst du unser Profi-Scharfschützengewebe verwenden, oh, die Grafik ist natürlich, kann ich die vielleicht noch ein bisschen hochstellen, das ist das Höchste, okay, ja, ich möchte es anfangen hier, so, eine Energie muss ich dafür benutzen. Mission starten, halte den Außenposten sauber, umsehen mit der Maus, äh, zoomen, ja, das ist Standard halt, ne? Oh mein Gott. Ah! Alter, Alter, guckt sich einer dieser Grafik an. Video ansehen um 200, spiel noch mal, mal und verdiene Silber? Nein, ich spiele weiter. Boah, nur Werbung. Was war das? Nein, ich muss jetzt wegklicken, bitte. Ist das grausam. Mission starten. Halte den Außenposten sauber. Verdammt. Was will er denn? Ich sehe überhaupt keinen, oder? Nein. Was ist denn der andere? Hilfe! Na toll, ich bin hinterm Stein und kann mich nicht bewegen. Das finde ich nicht geil. Ich kriege da jetzt einen Heddy. BAM, Junge! BAM, Junge! BAM! BAM, Junge! BAM, Junge! BAM, Junge! BAM, Junge! BAM, Junge! Hedgehoot! Oh Gott, das ziehe! Sooo! Das ist der Schärfschütz-Mirverdient-Abgewehr-Halten. Wir nehmen das Profi-Gewehr wieder zurück. Ja, toll! Das ist ein geiles Spiegel, Alter. Aber das ist auch okay. Wo sind sie denn? Den wissen nicht. Verarschen oder was? Die Grafik tut ein bisschen in meinen Augen. Die Grafik tut ein wenig. Damit ich ehrlich sein soll. Das kostet mir den Geil. Das treffe ich nicht. Aber den würde ich noch ein Heddy verpassen. Aber die Heddy nicht. Wow, fast getroffen, gute Aue, die, die, das ist hier das Tollste an dem Spiel, aber die Reste, ja was, den Schaden deiner Waffe erhöhen, ja, wie funktioniert das, gute Frage, sehen wir uns mal im Arsenal um, Schaden, okay, ein faires Angebot, guter Preis, jetzt kaufen, Mission, okay. Oh, da hätte ich es. Schande. Schande. Ich treffe nix, dieses Gewehr ist voll für'n Arsch. Das ist vom All-All-Agen. Nein. Oh. 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 Ich bin ja echt total fasziniert von der Kraftaktion. Oh, das ist geil. Und alles,